Box of Frogs war das mit House on Fire, Jim McCartney war mit dabei und noch zwei andere Yardbirds, genau, neben John Fiddler. Jim, I'm sorry, our time is almost over. Okay, never mind, thank you for some great show. Thanks a lot, really appreciated, really was an honor to have you here. Thank you very much, thank you. Ja, herzlichen Dank an Jim McCartney, herzlichen Dank an Ron Corp. Heute Abend dann, wie gesagt, im Barnevis Blues Bar gibt es das volle Programm. Und im Internet, ja, brauche ich nicht extra hinweisen, einfach mal eingeben, Jim McCartney, dann weiß man, dass man da eine ganze Menge zu erfahren kann. Ein Stück hören wir noch bis zum Schluss, noch ein bisschen aus den, ja, Yardbirds-Zeiten. Please don't tell me about the news, läuft bis zum Ende der Sendung. Das war WhatsApp auf der Uckerwelle mit Florian Damm am Mikro und an der Technik, begleitet von Mike Hütt und natürlich unserem Gast Jim McCartney. Thanks once again. Thank you very much, cheers. Okay, bye.